Die Schwarze Sieben von Annette Blyton Der alte Schuppen Höchste Zeit, dass die Schwarze Sieben sich wieder einmal trifft, sagte Peter zu Janet. Eine Ewigkeit, dass wir uns nicht gesehen haben. Oh, prima! Janet klappte ihr Buch zu. Wir haben unseren Geheimbot nicht vergessen, Peter. Wir hatten nur so viel zu tun in den Weihnachtsferien, dass wir einfach keine Zeit für Versammlungen mehr hatten. Egal, sagte Peter. So geht das nicht weiter. Ein Geheimbund, der nichts unternimmt, ist nutzlos. Wir wollen sofort die anderen benachrichtigen. Dann müssen wir also fünf Botschaften schreiben, säufzte Janet. Du schreibst schneller als ich, Peter. Also schreibst du drei, nicht zwei. Wuff, knurrte Lump, der goldbraune Spaniel. Ja, du würdest gewiss mitschreiben, wenn du könntest. Janet streichelte ihm über das seidige goldene Fell. Aber du kannst nachher Postbote spielen und die Briefe tragen, Lumpi. Das ist deine Aufgabe. Peter saß vor einem Blatt Papier und kaute auf dem Bleistift. Was wollen wir denn schreiben? Nun, wir schreiben, sie sollen alle herkommen, finde ich. Wir können den alten Schuppen hinten im Garten als Versammlungsraum benutzen. Mom erlaubt uns ja immer im Winter dort zu spielen, weil der Schuppen neben der Treibhaushalzung liegt und darum schön warm ist. Gut, Peter fing an zu schreiben. Ich schreibe erst mal einen Brief, Janet. Den kannst du dann abschreiben. Überleg mal. Einen für Pam, einen für Colin, einen für Jack, einen für Barbara und... Und, herrje, wer war denn noch der Siebte? Nun, George doch, sagte Janet. Pam, Colin, Jack, Barbara, George, du und ich. Das sind Sieben. Geheimbund Schwarze Sieben. Klingt wirklich gut, nicht? Den Geheimbund, die Schwarze Sieben, hatten Peter und Janet erfunden. Sie dachten, es müsse großartig sein, eine richtige kleine Bande zu haben. Jungen und Mädchen und ein Kennwort und ein Abzeichen. Ein roter Knopf mit einer schwarzen Sieben darauf. So, bitte, sagte Peter und schob Janet seinen Briefbogen hin. Das kannst du abschreiben. Aber doch nicht mit Schönschrift, oder? Es dauert so lange, wenn ich schön schreiben muss. Naja, wenn man es hinterher wenigstens lesen kann, meinte Peter großzügig. Es geht ja nicht per Post. Janet las, was Peter geschrieben hatte. Wichtig, die Schwarze Sieben hat morgen früh Versammlung im Schuppen hinten in unserem Garten. Zehn Uhr, pünktlich, Kennwort. Ja, sag mal, wie war denn das letzte Kennwort? fragte Janet erschrocken. Es ist so lange her, seit wir uns zuletzt trafen. Ich habe es völlig vergessen. Siehst du, wie gut es ist, dass du mich hast, sagte Peter. Unser letztes Kennwort war Nikolaus. Weil es weihnachtlich sein sollte, erinnerst du dich? Ach ja, natürlich. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich darf eben nicht sprechen beim Schreiben. Nun schwiegen sie beide und schrieben. Janet immer mit der Zunge zwischen den Zähnen. Das sah sehr komisch aus. Aber sie behauptete, gut schreiben könne sie nur mit der Zunge zwischen den Zähnen. Peter war zuerst fertig. Er ließ Lump die Umschläge leckend zum Zug leben. Das konnte er gut. Er hatte so eine große Zunge. Wollen wir die Geheimbotschaften jetzt verteilen? fragte Janet. Mom hat gesagt, wir könnten gern nach draußen. Die Sonne scheint so schön heute Morgen. Aber kalt ist es sicher. Wuff, wuff, bellte Lumpi und rannte gleich zur Tür, als sie das Wort draußen hörte. Es war herrlich in Schnee und Frost. Zuerst gingen sie zu Colin. Er war nicht da. Daher gaben sie den Brief seiner Mutter. Nun kam George an die Reihe. George war zu Hause. Er wurde ganz aufgeregt, als er von der Versammlung im Schuppen hörte. Dann ging es zu Pam. Jack war geradezu Besuch dort, sodass sie gleich zwei Benachrichtigungen loswurben. Nun fehlte nur noch Barbara. Aber sie war verreist. Zu ärgerlich, schimpfte Peter. Doch als er hörte, sie würde noch an diesem Abend zurückkommen, beruhigte er sich. Kann sie uns wohl morgen früh schon besuchen? erkundigte er sich bei Barbaras Mutter. Aber natürlich, meinte sie. Na, dann geht ja alles klar, freute sich Peter. So, das wär's, meinte Janet. Sie kehrten um und gingen nach Hause. Komm, Lump, wir gehen noch auf den Teich glitschen. Das Eis ist ganz schön dick. Es war wunderbar auf dem Teich und sie mussten beide tüchtig lachen über den armen Lumpi. Seine Beine rutschten in alle vier Himmelsrichtungen unter ihm weg, als er versuchte, auf dem Eis zu laufen. Schließlich rutschte er auf dem Rücken und die Kinder mussten ihn vom Eis tragen, beide halbtot vorlachen. Aber Lumpi war beleidigt. Er drehte sich um und knurrte den Teich an. Er begriff es einfach nicht. Im Sommer hatte er das Wasser getrunken und war darin geschwommen. Und nun? Da war irgendetwas ganz Merkwürdiges passiert. Und das gefiel ihm gar nicht. Am Nachmittag besahen beide Kinder mit Lumpi den Schuppen. Es war schön warm darin. Die Gärtner hatten den Ofen wegen der Treibhäuser tüchtig geheizt. Peter sah sich um. Es ist ganz gemütlich hier. Wir holen ein paar Kisten als Sitze dazu und die alten Gartenkissen. Und dann fragen wir Mom, ob sie uns nicht Saft geben kann und Plätzchen. Es soll ja eine richtige Versammlung werden. Sie zogen einige Kisten hervor und legten die alten Kissen darauf. Den Boden bedeckten sie mit alten Säcken. Das war der Teppich. Janet säuberte ein Bord. Darauf wollte sie Saft und Plätzchen stellen. Dumm, dass wir nur fünf Kisten haben, meinte Peter. Die anderen müssen dann auf der Erde sitzen. Wieso? Wir haben doch noch die zwei großen Blumentöpfe, sagte Janet. Die holen wir, drehen sie um und dann kann man prima darauf sitzen. Die Frage der Sitzgelegenheiten war also gelöst. Fünf Kisten und zwei Blumentöpfe. Platz für jeden. Die Glocke läutete zum Tee. Da sind wir rechtzeitig fertig geworden. Sagte Peter. Ich weiß übrigens, was ich heute Abend noch machen muss, Janet. Was denn? Ich werde eine riesige Sieben malen. Mit schwarzer Tusche. Und dann schneide ich sie aus, klebe sie auf eine Pappe, die ich rot anmale. Und dann nagel ich das Ganze an die Schuppentür. Glänzende Idee, rief Janet begeistert. Einfach großartig. Und dann ist es noch ein wenig. Ich muss jetzt noch ein wenig. Und dann, wenn wir das Ganze in die Schuppentür. Und dann geht es, wie wir das Ganze in die Schuppentür. Und dann geht es noch ein wenig. Untertitelung des ZDF, 2020